Nachdem die Entwickler schon letzte Woche verraten haben, dass es diese Woche eine neue Ankündigung für die Sims 4 geben wird, haben die Entwickler heute noch einen weiteren kleinen Teaser zur morgigen Pack-Ankündigung geteilt. Mehr dazu in diesem Video. Morgen um 17 Uhr wird das insgesamt 18. Accessoire-Pack für die Sims 4 angekündigt, zu dem die Entwickler eine Videopremiere auf YouTube veröffentlicht haben. Schon anhand dem Titel und dem kleinen Teaser-Video, welches die Entwickler auf Twitter geteilt haben, kann man erkennen, dass es sich hier um ein geisterbezogenes Accessoire-Pack drehen wird. Auch die Szene von letzter Woche lässt sich jetzt etwas besser erkennen. Wir können auf jeden Fall gespannt sein, was sich die Entwickler für dieses Accessoire-Pack überlegt haben. Wahrscheinlich ist meine aufgestellte Theorie gar nicht so abwegig. Auch ein gewisser Geat-Rider-Geist soll hier eine Rolle spielen. Freut ihr euch auf die Ankündigung oder interessiert euch das Thema eher weniger? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Eine Trailer-Analyse zum Accessoire-Pack werdet ihr natürlich ebenfalls morgen auf meinem Kanal finden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.